Willkommen zurück zu unserem Lernzyklus über Bruchtherme. Damit wir Bruchtherme in weiterer Folge dann vereinfachen und damit gut weiterrechnen können, sollten wir uns zuerst ansehen, wie man aus Thermen gemeinsame Faktoren herausheben kann. Bitte was? Herausheben? Gemeinsame Faktoren? Was ist denn damit gemeint? Dass das gar keine Hexerei ist, das zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt in den nächsten paar Minuten. Also bleib dran. Erinnerst du dich noch, wie man bei so einem Rechenausdruck die Klammer auflösen kann? Nimm dir kurz Zeit, drück auf Pause und probiere es einfach aus. Also, wie geht man hier vor? Man muss den Dreier mit beiden Summanden in der Klammer multiplizieren. Man erhält hier also 3 mal R plus 3 mal S. Vielleicht hast du das unter dem Begriff Verteilungsgesetz mal kennengelernt. Manchmal sagt man auch einfach nur, dass man die Klammer ausmultipliziert. Schau dir jetzt diesen unteren Term hier an. 5 mal x plus 5 mal y. Die Zahl 5 siehst du hier zweimal. Und zwar einmal als Faktor beim x und das zweite Mal als Faktor beim y. Beide Summanden des Terms haben hier also den gemeinsamen Faktor 5. Und den können wir herausheben, also vor eine Klammer schreiben. Wir erhalten dann das Produkt aus 5 mal der Klammer x plus y. Denn vom ersten Teil der Summe, da bleibt ja das x übrig, wenn man den 5 herausgehoben hat. Und vom zweiten Teil das y. Wenn du dir jetzt diese beiden Zeilen anschaust, dann erkennst du vielleicht, dass das Herausheben des gemeinsamen Faktors im Prinzip der umgekehrte Vorgang zum Ausmultiplizieren ist. Denn die linke Seite der oberen Zeile sieht ja der rechten Seite der unteren Zeile sehr ähnlich. Und genauso ist das mit der rechten Seite oben und der linken Seite unten. Dieses Herausheben bedeutet also, dass wir in einer Summe oder auch in einer Differenz von Termen einen gemeinsamen Faktor suchen. Und diesen gemeinsamen Faktor können wir vor oder auch hinter eine Klammer setzen, in der dann diese Summe oder Differenz aber eben ohne diesen gemeinsamen Faktor drinsteht. Und genau das wollen wir jetzt noch anhand von zwei Aufgaben üben. Die erste Aufgabe ist die folgende. Gegeben ist der Term c² minus 2 mal c. Drück jetzt auf Pause, schau, ob du hier einen gemeinsamen Faktor finden kannst und heb diesen dann heraus. Und hast du einen gemeinsamen Faktor gefunden? Schau mal, die Variable c, ich habe sie hier schon farbig markiert, ist in beiden Teilen dieser Differenz vorhanden. Wenn man diesen gemeinsamen Faktor heraushebt, dann bleibt vom ersten Teil noch ein c übrig. Denn c² ist ja nichts anderes als c mal c. Und vom zweiten Term bleibt der Zweier übrig. Daher steht in der Klammer dann c minus 2. Wenn du dir bei sowas nicht ganz sicher bist, kannst du bei solchen Beispielen die Probe machen. Indem du die Klammer dann einfach wieder ausmultiplizierst, so wie wir es vorhin wiederholt haben. Wenn du das tust, erhältst du also c mal c minus c mal 2. Und wenn man das ein bisschen anders schreibt, erhält man genau den Anfangsterm c² minus 2c. An diesem Beispiel hast du auch gesehen, dass dieser gemeinsame Faktor nicht immer nur eine Zahl, sondern auch eine Variable sein kann. Die zweite Aufgabe lautet folgendermaßen. Gegeben ist der Ausdruck 3e hoch 3 plus 6e hoch 2. Drück jetzt wieder auf Pause und such einen gemeinsamen Faktor. Und zwar am besten nicht irgendeinen gemeinsamen Faktor, sondern versuch den größten Faktor zu finden, den diese beiden Summanden gemeinsam haben. Und heb diesen anschließend heraus. Bis gleich! Dieses Beispiel war schon ganz schön knifflig. Lass uns mal vergleichen, ob wir beide den gleichen gemeinsamen Faktor gefunden haben. Der größte Faktor, den beide Terme gemeinsam haben, ist 3e². Daher schreibe ich das mal vor die Klammer. Und in der Klammer bleibt dann vom ersten Term ein e übrig und vom zweiten ein 2er. Daher steht in der Klammer e plus 2. Ist das jetzt ein bisschen zu schnell gegangen? Ich zeige dir, wie du das ganz systematisch rechnen kannst. Dazu schreibst du am besten die beiden Terme am Anfang ein bisschen anders auf. Und zwar, indem du sie in möglichst kleine Faktoren teilst. Der erste Term wird dann zu 3 mal e mal e mal e und der zweite zu 2 mal 3 mal e mal e. Wenn du dir jetzt in dieser Form die Summe anschaust, dann erkennst du viel deutlicher, dass die beiden Summanden den 3er und 2es gemeinsam haben. Ich habe sie auch schon in rot markiert. Daher ist der größte gemeinsame Faktor, den man herausheben kann, 3 mal e mal e. Also 3e². Das ist der größte gemeinsame Teiler der beiden Terme. Das GGt. Das hast du bestimmt schon mal gehört, oder? Und das, was bei der Summe übrig bleibt, das ist das, was hier jetzt nicht rot markiert ist. Also e plus 2. Und daher schreiben wir auch e plus 2 in die Klammer. Auf diese Art kannst du auch bei den kompliziertesten Ausdrücken die größten gemeinsamen Faktoren finden. Das werden wir in diesem Lernzyklus noch ein paar Stellen ganz ähnlich brauchen können. Was hast du in diesem Video also gelernt? In diesem Video ging es um das Herausheben gemeinsamer Faktoren. In diesem Beispiel ist die Zahl 5 ein Faktor, der in beiden Teilen dieser Differenz vorkommt. Also dieser gemeinsame Faktor. Herausheben bedeutet nun, dass wir diesen gemeinsamen Faktor vor eine Klammer setzen. Und in der Klammer bleibt dann der Rest der beiden Terme, der Differenz oder auch der Summe stehen. Dabei kannst du den Faktor 5 sowohl vor als auch hinter die Klammer schreiben. Denn in einem Produkt darf man ja, wie du bestimmt weißt, die Faktoren vertauschen. Dieses Herausheben gemeinsamer Faktoren werden wir noch an einigen Stellen in den nächsten Videos brauchen. Daher finde ich es wirklich toll, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Jetzt bist du gut gerüstet für das weitere Rechnen mit Termen. Und ich freue mich schon drauf, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Bis bald!